Wie doch manchmal ganz einfache Gegenstände uns an längst vergangene Krisen oder wunderbare Führungen Gottes, an Bewahrungen oder Gebetserhörungen erinnern können, das erlebte Dorothea in dieser Adventszeit in Quito. Sie hatte auch dieses Jahr wieder ihre berühmten und überall geschätzten Adventsgestecke nach deutschem Muster gemacht. Wieder bin ich mit ihr mitgegangen, wenn sie mit Plastiktüte und Schere bewaffnet die schönsten Bäume am Straßenrand aufsuchte. Ruckzuck hatte sie dann eine ganze Handvoll Zweige abgeschnitten und in der Tüte verstaut. Manchmal musste auch der Efeu an der Mauer dran glauben. Ich konnte mir nicht viel darunter vorstellen, was aus diesen stacheligen Zweigen, den Efeublättern oder den Früchten der Eukalyptusbäume einmal werden sollte. Bis aus diesem Rohstoff dann wirklich die hübschen weihnachtlichen Gestecke wurden, gab es allerdings noch ziemlich viel Arbeit und Abfälle zu Hause. Es waren auch nicht nur die roten Kerzen und das Grün, die diese Gestecke so apart aussehen ließen. Bei manchen kamen noch eine oder mehrere blaue oder goldene Kugeln ins Piniengrün oder eine silberne Frucht vom Eukalyptusbaum, eine rote Schleife und natürlich auch Lametta. Die Leute hier lieben es, wenn es so schön glitzert und blinkt. Diese Gestecke in verschiedenen Größen schmückten bald unsere eigene Wohnung, den Versammlungsraum der deutschen Abteilung von HJB, das Pult einer Kirche oder den gedeckten Tisch eines Festsaales. Rückte Weihnachten erst näher, dann bekamen Hausbewohner, Nachbarn, Freunde oder irgendwelche Mitarbeiter solch ein individuelles Gestecke geschenkt. Wie vielen Leuten hat Dorothea damit eine Freude gemacht? Wie viele Bekannte haben dadurch einen Hinweis auf Jesus, das Licht dieser Welt, bekommen? Eigentlich bemühte sich Dorothea immer, die Grundelemente ihrer Kunstwerke von Einheimischen, das heißt, ekatorianischen Bäumen oder Pflanzen zu nehmen. Aber doch scheute sie sich nicht, fremdes Material mit hineinzubringen, wie das eben schon erwähnte Lametta. Solche Sachen brachte sie dann von Deutschland mit. Zu jeder Jahreszeit fand sie dort bei irgendeinem Spaziergang besondere Pflanzenteile, Äste, Früchte oder Samen, die ihre Aufmerksamkeit und Fantasie erregten. In den Geschäften kaufte sie Schleifen, Lametta, Christbaumschmuck und Dinge, die es in Ecuador nicht gab. Diesen Schmuck versuchten wir dann unauffällig mit nach Quito zu schleppen. Am zweiten Advent des Jahres 2000 war Dorothea mit einer Gruppe von Frauen im Haus unseres Präsidenten zu einer Gebetsversammlung eingeladen. Das war immer eine gute Gelegenheit, dem Gastgeber ein selbst gebasteltes Adventsgesteck mitzubringen. An so etwas konnten sich dann zugleich alle Besucherinnen erfreuen. Frauen brauchen und schätzen so etwas, ja. Während die Teilnehmerinnen beteten, hielt meine Frau auch die ihre Augen geschlossen, wenigstens die meiste Zeit. Aber weil es in einem Fall sehr lange dauerte, bis das Amen kam, öffnete sie zwischendurch doch die Augen. Und was sah sie? Das von ihr selbst gemachte Adventsgesteck. Glücklich betrachtete sie die schönen Farben und Formen in diesem gelungenen Gesteck. Plötzlich stutzte sie. Da waren ja richtige Tannenzapfen aus Deutschland im Gesteck. Hier in Ecuador gab es doch nur gedrungene Zapfen von Pinien. Wo kamen denn eigentlich diese schön geformten deutschen Tannenzapfen her? Sie überlegte und langsam fielen ihr wieder die Umstände ein, unter denen sie diese Tannenzapfen gesammelt hatte. Es war eine sehr schwere Zeit in unserem Leben. Im Sommer des Jahres 1988 gingen wir mit unserem 13-jährigen Sohn Marco zu einer Untersuchung ins Krankenhaus Wosandes in Quito. Bei der Röntgenaufnahme entdeckte man einen Knochentumor im Becken von Marco. Die Ärzte in Quito waren sehr besorgt und empfahlen uns, so rasch wie möglich zur Behandlung nach Deutschland zu reisen. So mussten wir mit der ganzen Familie in großer Eile innerhalb von zwei Tagen losfliegen. Dank persönlicher Beziehungen von Freunden fanden wir auch gleich Aufnahme direkt in der Kinderklinik in Tübingen und bekamen sogar im Tropeninstitut eine kleine Dachwohnung. Nun wurden noch einmal Untersuchungen bei Marco durchgeführt und alles für eine Operation vorbereitet. Während dieser Tage kamen wir mit viel Not und Elend zusammen. Nicht nur im Krankenhaus selbst, wo wir viele Kinder mit Verbänden oder Glatzen sahen. Ein Hinweis auf die Behandlung von Krebs, sondern auch bei Privatleuten. Eine Arztfamilie zum Beispiel, die im gleichen Haus wie wir wohnte, hatte eine elfjährige Tochter, die mit einem Gehirntumor im Bett lag. Man hatte schon alles an ihr versucht, aber das Krebsleiden kam immer wieder hervor. Selbst als Arzt konnte der Vater nicht mehr viel machen. Nun wartete man praktisch auf den Tod des Mädchens. Sie starb auch wirklich, kurz bevor unser Sohn operiert wurde. Das waren nicht sehr tröstliche Aussichten für uns. In der Zeit, in der wir auf die Tests und Untersuchungsergebnisse und dann auf den Operationstermin warteten, spielten unsere Kinder noch vergnügt im an das Krankenhaus angrenzenden Park. Sie warfen meistens selbst gebastelte Segelflieger oder Bumerangs durch die Luft. Wir schauten ihnen mit einem sehr traurigen und schweren Herzen bei ihren Spielen zu. Bestand doch die Gefahr, dass man unserem Sohn ein Bein von der Hüfte an amputieren müsste. So sahen wir unseren Marco im Geist schon als Krüppel auf einem Bein durchs Leben gehen. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste gewesen. Bei Tumoren und bei Krebs weiß man ja nie, wie weit es der ärztlichen Kunst gelingt, das Leiden wirklich zum Stillstand zu bringen. Ein Junge, der mit Marco im gleichen Zimmer lag, ist einige Wochen nach unserer Ankunft an einem Gehirntumor gestorben. Während wir also auf die Operation und das Endergebnis des Eingriffes warteten, gab es in einer Nacht einen fürchterlichen Sturm. Am nächsten Tag lagen überall auf der Rasenfläche im Park Tannenzapfen herum, die der Wind von den Bäumen gerissen hatte. Trotz aller bangen Fragen über die Zukunft unseres Sohnes und aller Sorge und Angst, die uns in jenen Tagen plagte, dachte Dorothea sofort an ihre Weihnachtsgestecke. Diese Tannenzapfen waren wie ein Geschenk vom Himmel. Ich erinnere mich nur noch, wie wir einen ganzen Pappkarton mit diesen Tannenzapfen von verschiedener Größe und Form aufsammelten, einpackten und dann später nach Kito mitnahmen. Obwohl bereits viele Jahre nach Marcos Operation vergangen sind, der Tumor ist seither nicht wieder aufgetreten, lagen die Tannenzapfen noch immer in unserem Keller. Es waren in der Zwischenzeit wohl schon weniger geworden, aber noch immer dienten sie dazu, den Adventsgestecken von Dorothea die so besondere Note zu geben. Der Tannenzapfen in dem Adventsgesteck bei der Gebetsversammlung machte Dorothea die Erinnerungen an diese schwere Zeit in unserem Leben wieder lebendig. In der Stille konnte sie dann noch einmal Gott von ganzem Herzen für die wunderbare Heilung unseres Sohnes danken. Yangon Was ist für dieها die Erinnerungen an die ganze Zeit? Der Tannenzapfen in dem neiGradji Und überdrehen sie die Überdrück, sant cirka. Für dieダ signsendạn alt sind eine Potenziale sicherlich Topaz, bis in den Advents quieres. Und desバts bet dipped in color度 hoff wurde das aus. Am duarten mit ihm? Vielen Dank.